oder die geschütze ich denke nun können auch hier ist keine Ahnung da kann ich mich gut das zuvor stellen ich glaube als Heimatdinger hol ich mir Stuhl in der Heimatdinger allgemein lahmarschig ist ich folge dir Olaf geht in die Mitte so ich das sehe oder wer ist die Twitch ist das der Olaf in die Mitte ich geb dir gleich ich dachte ich dachte ich dachte scheiße soll ich die Schockgranate nehmen oder die Geschütze dafür anfangen Geschütze würde ich sagen wir können ja noch mitballern ja das ich auch mal pack ich da in den Busch rein und dann aber komm schnell hier im Busch weil ich hab das immer wieder erlebt dass der eine nicht mit dem Busch gekommen ist und dann sind die aus dem anderen Busch hier rein und dann wurde ich verhauen weißt was wir auch tun können ja komm da raus komm ich wollte doch nur ein Geschütze in der Teil rein stellen okay mach doch mach ich jetzt auch äh wenn dann ballerts mit ha ha gar nicht ich hab nicht getroffen das ist unser Trick am Anfang Geschütze allein können die nicht besiegen aus dem stehen wir noch im Busch sind und ich hoffe der hat nicht mein Schuss gesehen sie sind wenn wir ein bisschen kacke werden warum war der daneben gegen er er ist und auch nicht ja so schnell konnte ich kann nicht reagieren wie der da vorbeigezischt ist und alles niedergebettelt er ist reingegangen kurz stehen geblieben und wieder rausgegangen das ist ein Schadet um nicht die Tektor das will natürlich noch geimpft werden haben die und prezentlich werden die schacken und der Verschalk und Schubert haben wir haben die Arschkasse und reichnen Kräfte kommen ich bin dabei was schadet wenn wir uns im Klang denkt genauer auch das wird mehr zugegeben die Leine einsteig frisch das geschützt hier im Busch ist es voll mies die können das ja nicht angreifen so wenn das keine fünf Sekunden angegriffen hat zwei Stück kannst du noch nicht besiegen was zwei Stücke kannst du nicht aufstellen nein kann ich noch nicht auch ich erst zwei ich kann erst ab Stufe 3 das ist ja das doofe die Zeit dass das Ding stufe 3 ich bin schon stufe 2 und kann jetzt schon mal nach Schlag Schakow bei der Schockgranate die in den Vorfeld zu schauen aus der Welt erdiert so viel getroffen wir wissen dass er Gott für die Arschkarte gegen uns in die Mara ist nach guter Junge was was ich tue im Schützrein stellen es ist das ist aber noch ein bisschen geschützt mit dem an ich weiß die kosten zwar was aber wenn stört so glücklich dann weg los morgen wird mit der unsichtbar ist und den rücken haut das so mies ja aber den krieg der politik auf die trotz der städte da hat es fast tot von uns kommt dass die heutigen angreifen oder gut Warte wenn der Schocker jetzt gleich noch mal hinkommt, ist er tot. Geht Plank auch. Wir nerven die gerade mal so wichtig. Im Moment ist es ja noch gut. Wer rockt? Der Kling ist gut. Hier, ich bin. Ich brauche einfach Seilenkill. Ich habe 390 von 390. Nein. Nicht im Ernst. Scheiße. Ich habe 390 von 390 erst. Jetzt ohne Witz. Bringen ihn um, dann krieg ich noch Erf. Und Gold für Assist. Das ist kein Kuss mehr. Gumi ist auch hoch. Scheiße, Schako. Scheiße, Schako, dann Opferin immer vor dem Weg. Oh, komm, oh. Haha, okay, Prokassion. Immer weniger guck. Hast du das Video jetzt angemacht? Ja, müsste schon. Ah, da ist er. Schlag ihn, schlag ihn, mach ihn du. Ja, klar, wie ich das kann. Vielleicht sollte ich nicht mit Vollmond reden, das... Vielleicht nicht so... Wieso habe ich jetzt meine Heckstack-Mikro-Raketen geabdrückt, nicht meine Geschütze, jetzt mal ehrlich. Passiert. Das ist ein Schako. Ah, schade. Ja, da ist noch... Ähm... Äh, mir finden immer noch welche. was wird das machen ich was dafür dass der Turm mich angreift wenn du die Champions angreifst dann greift der Turm dich an egal ob dann noch ein Versalil steht oder nicht ich hab doch den Turm angegriffen es ist immer so die Türme schießen immer auf mich gerade auch die ganze Zeit wir müssten die jetzt aber auch mal killen ja ich ich kann ihn nicht alleine er komme er hat mir Schuhe gekauft so ist kein Schum zwei Geschütztürme setzen jetzt geht die Party hier wenigstens ab was sie jetzt vielleicht mal richtig ja alles rein nur alles weg die haben ein Turm geput mein Turm ist dort das ist durch das läuft das nicht schön das ist scheiße äh äh krepieren die schon wieder nein hab ich nicht vor warte 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 baller den jetzt weg kriege ich nicht mehr erläutert erläutert den Weg ein Gegner wurde getötet ein Gegner wurde getötet ja wenigstens kriegen sie den gegnerischen Cho platt ist wenigstens mal etwas ja ihr wollt den Turm weghauen ich seh's ich spiele heute irgendwie total schlecht äh mh wir schaffen das wir schaffen das wir schaffen das wir schaffen das Wüsste ich gar nicht. So, hext sich. Granate rein. Ach. So, jetzt hab ich's reingeschossen. Ey. Hier. Ich krieg hier gleich noch einen Infarkt. Boah. Ja, not feed. Weiß ich doch. Meine Friss, was kann ich dafür, dass ich draufgehe? Okay, so ziemlich alles, aber nicht, dass der sich jetzt unsichtbar macht und mich angreift. Ein Gegner wurde getötet. Hat Shaco Lacka geschrieben? Ja. Ja, also irgendwer hat Lacka geschrieben. Ich hole mir jetzt Schutzengel. Dann kann ich wenigstens nicht mehr so oft sterben. No Lacka. Das ist ein Urstel. Ja, wie immer, ne? Ja, ist ja auch Tatsache. Twitch hat schon VG-Schwert. Ich hab grad mal verschissene Schuhe und null Magiemantel. Okay, ich bin auch nur Stufe 5. Du bist auf 7. Ja, sie sind hier drin. Oh-oh-oh-oh. Shit. Raus. Ja. Ach, immer diese Epic. Laser. Mir fällt aber viel Laser nicht ein. Ich glaub's nicht. ja meine geschütze sind grün seit wann das was jetzt auf 3 sind jetzt in decken das war dankeschön schreiben Oh, verdammte Scheiße, ey, dass ich das nicht richtig aufnehme, ey, das wäre so geil gewesen. Ja, ja. AK nennt man das, übersetzt Arschkarte. Obwohl mit deiner Zustimmung könnte ich sie eigentlich hochladen, ne? Nur halt ohne... Aber ich könnte es theoretisch hochladen. Wieder wegrennen. Der Ding ist auch noch nicht draufgegangen, was mich ein bisschen nervt. Der Gangplint, du, oder was? Oh, jetzt kann er sich doppelt machen, das ist natürlich fies. Aber er hat nur noch halb so viele Leben. Und wir wissen nicht, wer der echt ist. Okay, wissen wir doch. Ah, der war knapp. Ah, jetzt hab ich ihn nicht getroffen, ne? Ja, war aber knapp. Das war echt knapp. Komm, den Turm. Ne, hauen wir doch nicht. Mir fehlt das Mana für den Turm. Dass sie immer in meine schillernde Singularität reinkommen. Ich mach gleich Back to Base, ne? Will ich nur mal sagen, hier. Aber ich kann dir noch mit einem Geschütztürmchen helfen. Mal ... ... ... ... ... ok jetzt würde ich aber auch zurückgehen aber ich habe man hat fällt mir gerade nicht auf was war das denn jetzt für eine aktion das war lacker sie sind zu zweit in der mitte unten rechts ist gar keiner so was sollen das war es geht das war es geht das war es geht das war es geht jetzt doch so das war doch immer ich brauche mich schnell zu dir du hast du ging es bereits mann abschließen was schießen mann ab ja ja ich muss noch meinen mann loswerden schon was mache ich jetzt so ganz ruhig sind nur was allen da bis jetzt der steht da hinten noch kann ich meinen mann ab hier verballern ok hier jetzt ist ein trocken das auch klarheit ja aber meint in einer Minute da 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 jetzt haben wir aber den Turm meine Fresse one hit ja one hit deinerseits one hit meinerseits ach verdammt da haben sich geheilt kommt töten ist gerade noch rausgekriegt nicht mehr ich bin zu langsam ich hab die schuhe ich hab stiefel der wendigkeit ne verbisserte bewegung 3 und laufe keine 400 ja heimerdinger ist eine lahme schnelle scheiße scheiße ich sag nicht sagen können dass die kommen ich rufe doch die ganze zeit scheiße ja scheiße sagt mir auch wer kommt ne ist schakomagie oder normal und ja normal oder ich will jetzt wissen was ich ab muss rüstung oder manieresistenz ist Ich denke, Mama.